Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 47.500 US-Dollar. Wenig Bewegung, auch wenn wir gestern nochmal ein neues High geschafft haben. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt sofort los. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 47.500 US-Dollar. Wir hatten gestern Abend nochmal einen kleinen Push in Richtung sogar über 48.000 US-Dollar. Hatten aber das Problem, hier liegt dieser Monats-R1, also Monats-Pivot-R1. Wir sind zwar drüber gekommen, hatten aber keinen 4-Stunden-Candle-Close da drüber. Aber auch dann, ich möchte eher so einen richtigen Daily-Close drüber mit ordentlich Volumen, sag ich mal. Um diese Widerstände, sag ich mal, dann zu Support zu switchen. Übergeordnet weiterhin hier, diese grüne Zone ist weiterhin unsere 3-Daily- und 8-Stunden-Supply-Zone. Also auch hier haben wir immer noch ein bisschen Widerstand. Der Aris Eye war gestern teilweise bei über 86. Also wir sind schon in einem hohen, überkauften Bereich. Trotzdem würde ich mich danach jetzt weniger orientieren und jetzt irgendwie Short-Positionen oder Sonstiges aufmachen. Davon nehme ich momentan einfach Abstand, weil wir immer weiter nach oben pumpen könnten. Also es ist ja jetzt egal, wie hoch der Aris Eye ist. Würde ich momentan nicht so die Wichtigkeit drüberlegen. Wir gucken uns da noch ein paar Altcoins an, wo man dann doch etwas mehr vielleicht drauf achten sollte. Aber Bitcoin ist einfach weiterhin, sag ich mal, grundsätzlich bullish. Wir haben diese Hochs rausgenommen. Das war wichtig. Wir hatten im Weekly Close über 45,5. Was ich mir jetzt einfach noch vorstellen könnte, ist trotzdem nochmal hier ein Retest in der Region um 44.000. Vielleicht sogar ein kleines Fake-Out in die Region von 43.000 wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also diese ehemalige Range, die wir hier einfach die ganze Zeit hatten, einfach nochmal zu retesten mit dem 4-Stunden-Email-Rooms. Mit dem möglichen Abtrend, den wir hier haben auf jeden Fall. Und dann mit neuem Schwung korrigierten Aris Eye. Ich meine, es wären hier ungefähr 10%, wo wir dann eine Korrektur sehen würden. Wäre eine gesunde Korrektur kurzfristig, um einfach den Aris Eye auch nochmal ein bisschen abzukühlen. Um dann mit neuem Schwung, sag ich mal, in Richtung 52k zu gehen. Das wäre dann das nächste Step nach oben. Ihr seht es hier unten, ein Aris Eye ist relativ weit hoch. Wir könnten jetzt natürlich nochmal einen neuen Anlauf hier nach oben starten. Jetzt im Laufe des Vormittags oder Mittags. um dann eine Art Doppeltop zu bilden, um dann hier wirklich so eine kleinere Korrektur zu sehen. Ansonsten, falls wir jetzt wirklich durchbrettern nach oben hin, wären die 52k auch hier das nächste Ziel. Und dann wahrscheinlich die erste größere Korrektur möglich, bevor wir dann nachhaltig die 56k angreifen sollten. Wünschenswerter, sag ich mal, wäre jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt erstmal diesen Abtrend retesten, die 4-Stunden-Email-Rooms, nachdem wir hier schon ziemlich weit davon weg sind mittlerweile. Ansonsten haben wir noch unser 7i-Gap bei ungefähr 7 und, na wo haben wir es? Weiß ich jetzt gar nicht mal, hier unten in diesem Bereich auf jeden Fall. Ich glaube 45 oder 44,7, irgendwo da unten, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube 44,7 oder sowas haben wir es auf jeden Fall. Das könnten wir damit auch noch schließen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wäre gut. 7i-Gap gefüllt, neuer Schwung nach unten, 10% Korrektur und dann mit neuen frischen Handelsvolumen und neuen Pump, sag ich mal, die Widerstände nach oben hin rausnehmen und die 52k angreifen. Sobald wir das dann haben, wird es dann sowieso entscheidend werden, hier oben die 56k einfach rauszunehmen. Ihr kennt es, da liegt das Golden Pocket, sag ich mal, dieser gesamten Abwärtsbewegung seit dem All-Time-High. Da wird es sich dann entscheiden, aber wie gesagt, wir gehen hier Step by Step. Nächster Step wäre jetzt erstmal kleinere Korrektur oder möglicherweise direkt zur 52k. Und bei der 52k liegt dann auch schon dieser nächste Monatswiderstand. Der Monatswiderstand R2 bei 52,7. Also das ist auch so eine Grenze, wo man sich mal im Auge lassen sollte, sag ich mal. Wir würden dann hier auch nochmal ein höheres hochbilden. Auch extrem wichtig, um diesen Abtritt weiterhin fortzusetzen. Trotzdem, früher oder später wird eine kleinere Korrektur oder ein kleinerer Rücksetzer kommen. Wir reden jetzt hier nicht von 30% Korrekturen, aber so eine 10% Korrektur wäre einfach vielleicht mal kurzfristig notwendig, um vielleicht nochmal ein paar Longs rauszukicken, die jetzt hier erst long gegangen sind, weil wir ja schon die Mega-Pumps gesehen haben. Ha, ha, ha. So, und da viele Retailer vielleicht reingeraten sind. Gut, schauen wir uns ein paar Altcoins an. Ethereum, gleiches Beispiel auch hier. Monats R1 sieht man ganz gut, auch hier Rejected. Wir haben weiterhin Luft nach oben, nachdem wir hier das 0382 durchbrochen haben mit einem schönen Pump. Aber an sich 1 zu 1 das gleiche wie bei Bitcoin. Wichtig war, wir haben ein höheres hochgebildet. Und endlich wurde auch mal Zeit, nachdem wir bei Bitcoin das im Endeffekt schon lange hatten, hat Ethereum jetzt auch hingelegt. Wir sind hier in diese Verkaufszone gekommen. Und sobald wir jetzt hier diesen Bereich zwischen 3.400 und 3.500 US-Dollar hinter uns lassen, geht es dann halt auch ganz schnell in Richtung 3.800 US-Dollar. Ihr seht da drüben diesen rasanten Abverkauf. Ging relativ flott. Wieder so eine Art Void. Heißt, wir können hier wahrscheinlich ohne Probleme in Richtung Monats R2 gehen, sobald wir hier wirklich diese grüne Verkaufszone hinter uns lassen. Volumen sieht noch einigermaßen gut aus, aber auch hier RSI hatten wir gestern zeitweise bei 84,30. Sind jetzt ein bisschen abgekühlt auf 75. Also hier vielleicht wirklich die Möglichkeit, dass wir jetzt überall erstmal so ein kleineres Doppeltop bilden. Auch hier nochmal ein bisschen korrigieren. Ethereum hat da jetzt auch erstmal ein bisschen Luft. Wenn wir uns jetzt so diesen Abtrend angucken, sieht ein bisschen enger aus als bei Bitcoin, sag ich mal. Nächster Step erstmal 3.230. Gehen wir jetzt bei Bitcoin von einer 10% Korrektur aus, würde Ethereum hier irgendwo in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons bei ungefähr 3.000 US-Dollar landen. Also auch mal einen Blick behalten, wer da vielleicht schon ein bisschen weiter unten in Trades reingegangen ist. Vielleicht ein Stop-Loss hier in die Region unter die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Das Preisziel von unserem Symmetrical Triangle liegt weiterhin hier oben bei 3.800, 3.900 im Golden Pocket. Gut, Cardano hat auch seine Seitwärtsphase, sag ich mal, so einigermaßen verlassen vom Wochenende. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten weiter als Support. Das Adano & Eve-Pattern wurde preislich, sag ich mal, erreicht, das Preisziel Monats R1 ungefähr bei 1,24, 1,25, Top-Entry. Also meine Position ist hier jetzt zu 75% zu. Den Rest lasse ich momentan noch laufen, beobachte die Funding-Gebühren, ob die extrem hoch sind, ob es sich überhaupt noch lohnt, diese Position aufzulassen. Ein maximales Preisziel sind so diese 1,40, nachdem ich aber jetzt erstmal mit einer Korrektur oder einem kleineren Rücksetzer rechne, werde ich die Position jetzt erstmal nicht mehr vergrößern. Da würde ich dann wirklich auf einen Rücksetzer warten. Man soll ja auch nicht zu gierig werden, es ist ja auch wieder so Kopfsache und so. Ansonsten 4 Stunden Bearish Divergence, abfallendes Volumen, deutet auch hier erstmal auf eine kleinere Korrektur hin, nachdem wir das Preisziel von diesem Pattern erreicht haben. Schauen wir uns noch ein paar andere Altcoins an, wie es da so momentan aussieht. Mit FTM hält weiter unseren Abtrend, also auch hier haben wir einen Retest gesehen. Problematisch ist halt jetzt hier diese Gesamtsituation. Also ich habe ja gesagt, ich würde gerne einen Retest sehen, den haben wir jetzt gesehen, auf diesen gelben Abtrend, plus auf unserer ehemaligen Widerstandszone nochmal. Volumen, Mangelware momentan, also gefällt mir auch nicht wirklich so. RSI hätte eigentlich gepasst, sage ich mal. Aber trotzdem, wir können mal ganz kurz gucken, wo unser 200er SMA momentan ist. Da kämpfen wir momentan, sage ich mal, drum. Aber dafür ist mir der RSI zu hoch auf dem 4-Stunden-Chart mit 60, um jetzt da in einen Trade reinzuhüpfen. Da warte ich jetzt auch lieber. Ganz ehrlich, wir hatten so viele Trades, sage ich mal, laufen jetzt in letzter Zeit. Man muss nicht alles mitnehmen. Und wenn es dann doch nicht passt, gehe ich auch ungern das Risiko ein, jetzt hier noch irgendwo in einem Kurs hinterher zu rennen. Gut, dann hat man noch ICP. ICP, auch der Trade ist zum größten Teil mittlerweile zu. Wir haben es ja noch nicht geschafft, dieses Hoch hier drüben rauszunehmen. Pumpmöglichkeit, sage ich mal, bis knapp 25 US-Dollar hätten wir auf jeden Fall. Aber auch hier, ihr seht, die RSI sind überall krank übergekauft und das vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Also hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich nehme jetzt da erstmal Abstand von irgendwelchen Altcoins, hier irgendwo reinzuspringen. Ist mir einfach momentan ein bisschen zu riskant. ICP auch der größte Teil auf jeden Fall raus. Was ich noch ein bisschen im Blick habe, ist Mana. Also diese ganzen Metacoins sind noch relativ wenig gepumpt. Wir hatten jetzt auch, wir gucken uns gleich nochmal Doge und Shiba an. Also das ist so der Sektor, der bisher noch ein bisschen untergegangen ist. Wir halten auch hier unseren Abtrend und alles. Sieht auch alles relativ gut aus. Aber uns fehlt hier wirklich ein bisschen das Kaufvolumen, sage ich mal. Auch hier, wir hatten jetzt den perfekten Retest in unseren Symmetrical Triangles. Aber Volumen, ihr seht es da unten, da ist echt wenig Volumen. Wir hatten einen perfekten Retest, 4 Stunden nie mehr Ribbons getestet. Aber Volumen, wenn wir einen Ausbruch sehen, dann muss das Volumen ansteigen, haben wir hier gesehen. Und dann beim Retest möchte ich aber noch mehr Volumen sehen, um diesen Ausbruch zu bestätigen. Wir haben halt jetzt auch noch hier eine riesige Widerstandszone über uns. Also Mana fürs HODL vielleicht nicht verkehrt. Trade momentan doch nicht mehr so interessant, sage ich mal, für mich. Dogecoin auch gestern ein bisschen nach oben gepumpt, aber auch nicht so, wie man sich es erhofft hatte. Wir hatten den Retest Monatspivot, 4 Stunden nie mehr Ribbons und sie steigen jetzt so langsam nach oben. Aber auch hier, Volumen, echt Mangelware. Und zum Schluss noch, Shiba, wo haben wir den Shiba? Auch nach oben gepumpt, auch hier. Trade zu 50% oder sogar mehr, auf jeden Fall geschlossen. Fertig aus, Rest genießen, Stop-Loss-Entry. Und dann schauen wir weiter. Also ihr seht, es ist momentan eher so ein bisschen Konsolidierungszeit. Vielleicht konsolidieren wir heute den Tag über. Korrektur ist auf jeden Fall drin. Ihr kennt jetzt die Level, die wichtig sind. Beobachtet es einfach mal. Ich würde euch jetzt nicht raten, noch blind in irgendwelche Altcoins reinzutraden, außer ihr seid euch extrem, extrem sicher. Könnt das machen. Ansonsten momentan eher ein bisschen Seitenlinie jetzt, bevor ich irgendwelche Positionen wieder eröffne, beziehungsweise vergrößere. News gibt es weiterhin keine. Ist wenig los, sage ich mal, im Markt. Ich würde sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen entspannten Tag. Kommt gut in den Tag. Liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.